Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Die Straße ist komplett mit Matsch verdreckt. Wir sollten sie säubern, denkst du nicht? Hast du Lust gleichzeitig Farben zu lernen? Dann fangen wir an. Wow Ethan, du hast einen kleinen blauen Schaufelbagger gefunden. Vielleicht kann er uns ja mit all dem Matsch helfen. Toll, du hast orangene Murmeln gefunden. Die kannst du aufheben für später. Oh. Ah. Hm. Macht ruhig weiter mit Graben. Ihr könnt nicht immer eine Überraschung finden, wisst ihr? Hm-mm. Keine Angst, an der nächsten Stelle findet ihr bestimmt wieder etwas. Hm. Hm. Warum hört ihr auf? Ich denke, diesmal findet ihr bestimmt etwas. Braun. Aha. Toll, ihr habt Peramell gefunden. Ihr habt euch eure Pause verdient. Hm. Juhu. Juhu. Hiu. Rot, grün. Yahu. Fantastisch, Ethan. Du hast gerade zwei Farben auf einmal gelernt. Rosa. Sieht so aus, als hättest du gerade einen neuen Freund gefunden, kleiner Bagger. Sieht so aus, als wäre die Arbeit getan. Vielen Dank für deine Hilfe und danke auch euch Kleinen. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir heute? Hast du Lust, Kekse zu essen und Zahlen zu lernen? Großartig. Dann ist es jetzt Zeit für einen kleinen Imbiss. Eins. 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 Zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ethan, du ungezogener Lümmel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Null. Wunderbar, Ethan. Du hast heute so viele Zahlen gelernt. Juhu! Sollen wir sie wiederholen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Juhu! Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir heute? Hast du Lust, ein eigenes Kartenhaus zu bauen und Zahlen mit uns zu lernen? Juhu! Großartig, dann fangen wir an mit der ersten Ebene. Hm. 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 Ethan, du hast gerade die erste Ebene deines Kartenhauses gebaut. Fangen wir mit der zweiten Ebene an. Hm. 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 Das sieht so toll aus. Sollen wir die Ebenen zusammen zählen? Juhu! Eins, zwei, drei. Drei Ebenen. Aber wie viele Karten sind es, Ethan? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh mein Gott, du hast heute so viele Zahlen gelernt, Ethan. Oh Ethan, jetzt hast du dein Kartenhaus kaputt gemacht. Du hast recht, das hat Spaß gemacht. Bis bald, Ethan!